Bevor du dir dieses Video anguckst, ein kleiner Disclaimer vorweg. Das hier ist keine Anlage oder Finanzberatung. Ich präsentiere euch auf meinem Kanal lediglich meine eigene Meinung. Ich bin kein Experte. Alle Infos in diesem Video dienen zur Unterhaltung und können absolut falsch sein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Aktienkong. Wir sprechen heute mal wieder über AMC. Es gibt ein paar Neuigkeiten und die würde ich gerne mit euch teilen. Ja, die Apes haben einen renommierten Anwalt engagiert, der sich um Korruption und Manipulation im Hinblick auf AMC und GameStop kümmern soll. Der gute Mann Chad Brewer hat sich gedacht, dass wir, wenn die SEC sowieso schon schläft, dass wir uns der ganzen Sache mal selber annehmen. Und hat den Wes Christian engagiert und hat hier ein GoFundMe gestartet. Da kann man Geld für diesen Zweck sammeln und spenden. Ich hoffe, das Geld fließt auch dahin, wo es hin soll und dass das keine Betrugsmasche ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, jeder hat eher im Sinn, hier den Squeeze einzuleiten. Und ich hoffe, auch der Chad Brewer. Ja, wer ist Wes Christian? Wes Christian ist die letzten elf Jahre explizit damit beschäftigt, hier die Wall Street auf Betrug zu verklagen. Er hat einen Doktortitel und einen Bachelor of Science. Also er ist kein Mann von ungefähr und hier kann man sich seine ganze Laufbahn ansehen. Er hatte mehrere Interviews mit Matt Kors und er scheint sehr darauf bedacht zu sein, hier was ändern zu wollen. Er sagt, er kämpft mittlerweile 20 Jahre gegen den Betrug an der Wall Street. Findet das eine Unverschämtheit, dass dagegen nicht ordentlich verfahren wird. Und er hat mal gesagt, dass beispielsweise das Short Interest, die haben, ich kenne die Zahl nicht mehr genau, ungefähr 64 Firmen untersucht und bei ungefähr 60 war das Short Interest 50 bis 150 Prozent höher als angegeben, weil diese Daten ja immer selbstberichtet sind, wie Ortex sie auch erhält. Das heißt, AMC könnte nicht nur 16 Prozent geshortet sein, sondern vielleicht 30, vielleicht 45 und wer weiß, wie hoch nicht noch, wenn man die ganzen synthetischen Aktien dazu zählt. Aber das ist ein anderes Thema. Dann habe ich hier noch, die SEC hat eine Million Dollar an einen Hinweisgeber herausgegeben. Die haben das getwittert mit einer Verlinkung. Da werde ich gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Hier hat sich jemand den Spaß erlaubt und hat den Ken Griffin hier eingefügt und hat gesagt, Ken Griffin, klaut mir Geld, gib mir meine eine Million Dollar. Ja, zu diesem Beitrag. Die SEC hat am 15. Juli herausgegeben, dass sie einen Hinweisgeber hatten, der berichtet hat, dass es da Gesetzesverletzungen gab. Was da jetzt genau gewesen ist, steht in diesem Beitrag hier nicht. Allerdings, dass die SEC bereits 182 Hinweisgeber hatte in den letzten knapp neun Jahren, also seit 2012 und hier fast eine Milliarde dafür ausgegeben hat, beziehungsweise die Leute dann belohnt hat. Die wollen natürlich hier aufmerksam machen, dass man hier mehr oder weniger Geld verdienen kann, wenn man ein Hinweisgeber ist in Bezug darauf, dass man vielleicht seinen Arbeitgeber verrät, zwinker, zwinker, Citadel-Mitarbeiter oder ähnliche und das könnte noch mal zur Sprache kommen in Zukunft, was da jetzt genau gewesen ist und wer dieser Mann oder diese Frau war. Viel mehr kann man hier jetzt leider noch nicht einsehen. Ja, dann wollte ich noch mal kurz auf die Kampagnen der Hedgefonds eingehen und zwar, dass die hier Bots engagieren oder programmieren, wie auch immer man das nennen möchte, dass die beispielsweise in Reddit-Beiträgen oder auf Twitter oder auf YouTube Kommentare schreiben, wie ja, ich glaube, dass das Ding hier bis 100 Dollar squeezen kann, wo wir ja genau wissen, dass das kein Squeeze wäre, sondern nur ein eingeleiteter Squeeze von den Hedgefonds, um hier möglichst viele Leute rauszukriegen und ja, komischerweise sehen die Leute dann immer aus wie irgendwelche Boomer und ja, also und dass sie sich alle auf 100 Dollar mehr oder weniger einigen, ist ja auch Quatsch. Also jeder hat ja seine Ziele und man kann ja gar nicht wissen, wie so ein Squeeze aussehen wird, ob wir, also ich spreche da eigentlich ungern über Zahlen, aber ob wir jetzt hier 300, 500 oder 1000 Dollar sehen, das kann ja niemand beziffern und da sieht man wieder, wie verzweifelt die Hedgefonds eigentlich sind. Das ist nur ein Beitrag. Dann geht es hier um das Ape Festival, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Da ist jetzt die Rebellion ein bisschen groß, dass dieses Ape Festival eigentlich auch nur Schwachsinn ist, dass die da 600 Dollar für haben wollen und sehr wahrscheinlich auch von den Hedgefonds eingeleitet ist, weil hier diese ganzen Bots hier über das Ape Festival sprechen und dass da ja unbedingt alle hingehen sollten. Was könnte das für einen Hintergrund haben? Ja, die Hedgefonds könnten dann in den Medien suggerieren, dass wir da koordinierte Treffen machen und uns da absprechen, wann und was wir kaufen. Ja, das ist nur eine Theorie, da könnte man viel mit einstellen, wenn sich da tausende Leute treffen, die sich Apes nennen. Man könnte auch sagen, dass die Leute sich treffen, weil der Squeeze ja schon gewesen ist und das damit abhaken. Also definitiv, dieses Ape Festival sollte meiner Meinung nach nicht stattfinden, aber das wird die Amerikaner wahrscheinlich sehr wenig jucken und ich bin mal gespannt, worauf die sich da einigen. Ja, hier noch eine schöne Zusammenstellung von Bots, die alle zufällig den gleichen Text geschrieben haben. Ich habe alles verloren, ich kann nicht glauben, dass ich euch vertraut habe, meine Frau verlässt mich und so. Also offensichtlicher geht das ja natürlich nicht. Da sieht man aber auch mal wieder zu was für Mittel die greifen und hier irgendwelche persönlichen Storys erzählen. Da könnt ihr euch euren eigenen Teil natürlich dazu denken. Ja, wie immer hoffe ich, dass dir mein Video gefallen hat. Lass doch einen Daumen nach oben da und vergiss nicht mich zu abonnieren. Das ist mir sehr wichtig. Dadurch zeigst du mir natürlich, dass meine Arbeit etwas wert ist. Und falls du Fragen oder Anregungen hast, gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.